Willkommen zurück meine lieben Zuschauer bei Dust in Elysian Tale. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach der Herrin der Höhle, oder wie man sie auch immer nennt, um herauszufinden, warum die warum die Bewohner von Schlammigen kein Wasser mehr kriegen. Warum explodierst du so schnell? Okay, die explodieren noch vier Sekunden. Hm, da muss ich das anders machen. Ich muss daneben fallen, ja. Das muss ich definitiv. Ich weiß schon, wie ich das machen muss. Um an diesen Schlüssel zu kommen. Na, so nicht. So rum ist auf jeden Fall nicht richtig. Nö, so schaffe ich das nicht. Da brauche ich wahrscheinlich auch wieder Doppelsprung dazu. Okay. Dann halt runter. Hallo Händler. Hallo Händler. Du bist hier um zu dienen, ja. Sollte ich mir ein paar Lecker rein kaufen zum Heilen? Ist noch nicht nötig. Wir haben ja genug Brezeln. Also dann gucken wir mal zu dieser Herrin. So, plus die ist versteinert worden. Nein, da ist sie ja. Also hier ist genug Wasser. Und warum? Und warum? Be careful, Bust. I do not believe she's used to being spoken to so casually. I meant no disrespect. Ich bin Lady Tethys. Und du wirst mich als so bemerken. Mit der Kürtese reserviert für alle körperlichen Beine des Räumens. Okay, Dust. Vielleicht solltest du dir ein bisschen zurückgehen. Sie wird ziemlich tickt. Ist ja auch für den Mondblüterin. Ist sauer. Lady Tethys. Die Moodpots brauchen deine Hilfe. Eine von ihnen ist bereits nahe zu Tod. Aber deine Heilungswerte könnten seine Leben saveen. You, a Surfacedweather, would dare to question my actions. Who do you think you are, ordering me to release the waters of life? I would question the motives of any creature, dainty or not, that would let their subjects perish without reason. I have felt the endless conflict, as my waters ebb and flow through your land surfaced around. I see this water satisfying the thirst of a creature much like yourself. A killer with a broken soul. A creature like me? You mean... He leads a great army across these lands, spilling the innocent blood and using my waters to give life to his campaign of hatred. I stopped the water, so I could stop the violence. So he had the water to stop the violence. So he had the water to stop the violence. And all the others too. But you are punishing innocent and guilty alike. And your own followers and Moodpots will die without that water. If their deaths are required to save this world, that is the sacrifice I am willing to make. You speak in petty terms. A person, a family, a village. Their deaths, same as yours, are insignificant to the greater good. Okay, she is so good. I see a terrible danger, Dust. Prepare yourself. Okay. I have seen where your path ends, Lady Tethys. And I will not let you succumb to the same fate. Too many innocents have died already thanks to Geiss's campaign. So be it, Surface Dweller. If you would raise your sword against me, then prepare to have your recursive soul ripped from your body and purged in these holy waters! Hus Feed the Na gut, Frostweit type. Gentiles Oho Ohohoho Habe ich sie gerade runtergeschleudert? Ja, tatsächlich, ich kack und schleudere sie. Au, geht jetzt verbrochen. Okay, ich habe sie fast erwischt. Oh, sie macht Kugelnisse. Also, ich muss ehrlich sagen, die Bosse sind gar nicht so schwer. Ich habe dir den Hintern versorgt. Ja, die Fidget sagt. Und gleich. Okay. Okay. Ja, da spricht Ara ein wahres Wort. Eine der Klingen von Elysium. Blades of Elysium? Ich werde später erklären. Wir haben andere, mehr Pressing-Mattern in Hand. Ja, ich weiß, du fühlst, dass du das richtig gemacht hast, indem du die Wasser zurückkriegst. Aber Mudpot braucht sie jetzt mehr als immer. Oh, die Wasser, ja. Oh, ja. Ich hoffe, dass es nicht zu lange ist. Ja, woher weiß sie das? Ja, woher weiß sie das? Wahrscheinlich, ich denke, du fühlst das. Ja, in der Zwischensequenz hat er das alten Freund genannt. Ja, das ist Dust. Und da gibt es力 für dich. Ja, woher weiß sie das, was in dir macht. Ja, wie ein lebendiger Fidget hat, könnte sich so schattetig sein, ist über meine Verständnis. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Sie ist richtig, Bers. Wenn wir mit diesem Behring-Geräuschen sprechen, müssen wir gehen. Entschuldigung, Frau Tethys, aber wir müssen uns in Haste machen. Es gibt einen Schwerter in Mudpod, der sehr nahe zu der Tod. Ich kann es jetzt fühlen. Er ist sehr schwer. Wie kann ich das passieren? Was? Was habe ich gemacht? Wenn ich nicht mehr Zeit für die Schwerter zurückkehlt, ist es ein Schwerter zurück in Mudpod? Ja, was auch immer Gaius hier anrichtet. Es ist nicht gut. Oh, neue Fähigkeiten. Fidget hat einen neuen Geschosstypen erlernt. Wow. Warte mal. Krasser Gewittersturm. Und eine Abkürzungssphäre. Ah, cool. Bombe. Die ist jetzt mal nützlich. Schafwein-Sacken. Wie viel haben wir davon jetzt? Ich will irgendwie immer da reingucken. Fünf. Hm. Komm, ich brauch dich nochmal, Bombe. Äh. Ja. 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 die explodiert weil das meint er müsste die sachen anders machen als ich es gerne hätte aber komm jetzt hole ich mir noch mal eine so So, genau. Das hat jetzt was gebracht. Ganz ehrlich, was hat das jetzt gebracht? Und da gibt es hier unten noch eine Band durch die Wärts durch müssen. Na, erstmal geben wir hier das Zeug. Hallo wieder, Flo-Hop. Hallo, junger Mann. Ich hoffe, du bist gut. Ja, das finden wir. Ja, das finden wir. Okay, wir haben das mit dem Moos abgeschlossen und haben... ...ein Topf gekriegt, 200 Gesundheit. Schick. So. Jetzt gucken wir mal kurz. Das kann es doch nicht sein. Ah, hier gibt es noch was. Letztes Schaf. Oh, sehr schön. Ja, deine Schafe. Wir haben deine Schafe gefunden, Gappi. Sie sind nicht zu interessiert, dass sie verloren sind. Ich habe ehrlich gesagt nicht, wie du diese Dinge mit dir gehst. Ja, allerdings sechs Schafe in der Tasche. Danke, Junge. Du bist ein guter Mensch. Hier, hab ein bisschen Wohl für meine Flock. Glaubst mir, das ist preis-Stuff. Du bist gut in dieser Welt, Junge. Die Leute wie du sind immer willkommen hier in Mudpark. Dankeschön. Was haben wir jetzt noch an Aufträgen? Das mit der Kiste, Zusammenführung, Verlorene Zeit. Wellenbrecher. Ah ja. Trollkfinger, wie viele brauchen wir denn noch? Wir haben vier, sehr schön. Aber dem Opa geben wir die Trollkfinger erst in der nächsten Folge. Wo ist er? Da ist er nicht. Der ist da oben. Ich mache jetzt erst einmal an dieser Stelle einen kleinen Cut. Bis gleich. Bis gleich.